Was ist das für Fortuna? Was ist das für ein Abstiegskampf gewesen? Jetzt muss man aus der guten Leistung halt das Selbstvertrauen ziehen, das man gegen Würzburg braucht nächste Woche. Da braucht einem nicht bange zu sein, wenn man die gleiche Leistung abruft mit einem Schuss mehr, Offensivgeist, es kommen ja auch einige Spieler zurück, die heute gesperrt waren, dann sollte das gelingen und das Saisonziel erreicht werden.